Ab sofort auch bei Karstadt. Wer bei den vier Kaufhäusern in München mit seiner Sparkassen-Card bezahlt, kommt in den Genuss von München-Vorteil, dem Cashback-System der Stadtsparkasse München. Wir finden das eine tolle Sache, weil bei Karstadt gibt es viel, was ich sehe, was ich mir wünsche, was ich mitnehmen kann. Und das ist ein großes Sortiment. Da findet jeder, was zum Einkaufen kommt, immer wieder mal vorbei. Auch Bombay Cotton am Sendlinger Torplatz 5 macht mit bei München-Vorteil. Hier gibt es reichhaltige Damenmode und Accessoires plus kompetente individuelle Beratung. Und München-Vorteil kommt bei der Kundschaft sehr gut an. Unsere Kunden sind sehr, sehr zufrieden, weil wenn sie dann auf ihrem Kontrauszug Wochen später feststellen, ah, ihr habt mir was zurückerstattet, finden sie das ganz toll und lassen teilweise das Geld dann wieder bei uns. Und das freut uns natürlich. Bis zu 1% Treuebonus gibt es im Rahmen von München-Vorteil bei den Karstadt-Filialen Schwabing, Bahnhofplatz, Olympia-Einkaufszentrum und am Nordbad. München-Vorteil ist ein Geld-Zurück-Programm. Dazu brauche ich keine Anmeldung. Ich muss mich nicht dazu extra bewerben oder etwas ausfüllen. Sobald ich eine Kunde der Stadtsparkasse München eine Sparkassencard einsetze beim Kaufen, kann ich bei den teilnehmenden Händlern, da sind inzwischen über 500, in München Geld sparen. Von 1% bis zu 10%. Es gibt auch Online-Händler, die das anbieten mit dazu. Dazu findet man auch eine Übersicht im Internet, wer teilnimmt. Die Liste wird jedes Monat länger. Und immer dann, wenn Sie mit Ihrer Sparkassenkarte zahlen, bekommen Sie den Rabatt am Monatsende wieder auf Ihrem Konto gutgeschrieben. Das heißt also Geld zurück, ohne dass ich was dafür tun muss. Das finden wir eine tolle Sache. Wir tun damit unseren Kunden was Gutes. Und natürlich den Münchner Einzelhandel und der Gastronomie und den teilnehmenden Online-Händlern. 2% Cashback gibt es bei Bombay-Kotten. Das Traditionsgeschäft hat Kleidung für drei Generationen im Sortiment. Für viele Stammkunden, aber auch immer wieder Neuentdecker. Bei uns gibt es italienische Mode. Wir haben ganz viele nette deutsche Firmen. Bei uns kann man schöne Blusen kaufen, Pullover, Hosen, Röcke, Mäntel. Es sind ganz viele Kunden dabei, die sagen, bei uns ist es wie am Gala-See. Bombay-Kotten steht für Service, weil wir in der Lage sind, von Kopf bis Fuß die Damen einzukleiden. Sie kommen zu uns, sagen, okay, die Hose möchte ich haben, nehmen die passende Bluse dazu, nehmen den passenden Pulli mit. Uns freut es natürlich, weil das natürlich mehr Umsatz ist. Und sie sind glücklich, weil sie eine fertige, gute Kombination haben. Die Stadtsparkasse München ist mit München Vorteil. Seit April 2017 auf dem Markt. Seitdem haben die Kunden damit insgesamt rund 200.000 Euro auf ihr Konto zurückbekommen. Bei insgesamt rund 1,5 Millionen Transaktionen.